Musik Moin, moin, macht euch bereit, um vier am Strand ist es soweit. Bleibt nicht trocken und kommt ran, der Kiwi-Ferientreff fängt an, gleich im Kirchenzelt, da! Musik Komm schnell herbei, ihr Kinder, wir wollen alle fröhlich sein. Komm schnell herbei, ihr Kinder, wir wollen fröhlich sein. Musik Herzlich willkommen zum Videoblog. Wir sind jetzt eine Woche beim Kiwi-Ferientreff und endlich ist unser komplettes Team zusammen. Nämlich, ich der Harry, ich der Gerrit, ich der Timo, Tobias. Wer im Fläch macht alle nicht, wer im Fläch macht alle nicht, wer im Fläch macht alle nicht. Und wir im Fläch zählt, und wir im Fläch zählt. Musik Gerrit, dein erster Eindruck von uns, du bist ja erst ein Tag voll dabei. Ja, ich fand's bisher ziemlich gut, also war super. Musik Wir waren heute am Strand und gestern im Zelt und vorgestern am Strand. Man merkt, heute am Samstag sind die NRW inzwischen Ferien, das merkst du sofort, denn wir hatten heute 23 Kinder im Kiwi-Ferientreff und waren draußen. Schon beim Einladezug sind uns Kinder gefolgt, also das hatte ein ganz anderes Kaliber. Musik Halleluja, Jesus ist so gut zu mir. Halleluja, Jesus ist so gut. Ja, hier! Jawohl, wie siehst du? Ich preise dich am Morgen, ich preise dich am Abend, ich preise dich zu jeder Zeit, denn du bist mein Gott. Du bist fantastisch Gott, du bist einmalig Gott, du liebst mich und ich lieb dich. Halleluja! Halleluja! Halleluja, Halleluja! 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 Und morgen reißt es uns als Team schon wieder auseinander, denn Timo fährt nach Hause. Ich grüße Harry, ich grüße Gerrit, ich grüße Timo, ich grüße meine Eltern, ich grüße meine Familie.